Meine Damen und Herren, mit dem achten Platz neu dabei, eine deutsche Gruppe, die viel Erfolg im Ausland hat, die viel technische Spielereien haben, die nächtelang im Studium mischen und immer wieder produzieren. Und wenn Sie jetzt den Titel hören, Wir sind ein Roboter, so klingt das Ganze natürlich sehr verzerrt. Das ist ein Vokoder, um Ihnen dieses technische Wort zu nennen, da kann man viele technische Spielereien machen. Ein Techniker könnte Ihnen das länger erklären, der hätte auch wahrscheinlich mehr Zeit, als ich es jetzt habe. Die Gruppe Kraftwerk, erfolgreich, eigentlich auf der ganzen Welt. Sie wissen, einen Titel in Amerika, in den Charts, nun auch bei uns in Deutschland, eine deutsche Produktion. Der Titel, Wir sind die Roboter, Kraftwerk auf Acht. Jetzt sind wir voller Energie, wir sind die Roboter. Und wir, meine Damen und Herren, gehen weiter mit dem siebten Platz.